Oh, was ist das denn? Oh, 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 oh Oh, was ist das denn? Oh mein Gott Stark gemacht Oh, stark Die haben Leute auf seinem Album gelassen mit denen er niemals arbeiten würde Keine Ahnung Oh Oh mein Gott Das war so gut gemacht Er tut sich auf jeden Fall sehr schwer gegen den Gegner Oh, das könnte gefährlich werden jetzt Das könnte gefährlich werden Das war mir so klar, dass das nicht gefährlich werden kann Wegen diesem einen Fehler Wenn er diesen Fehler sieht Direktor Oh Oh, 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 oh Game Over Boah Wir haben unser Spiel Lost in the Race gegen Anders vergangen Boah Da geht's direkt los 1-0 denk ich mal Oh 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 Also Oh Der Arme, was kommt da einfach rein? Da ist Mr. Lost in the Waze Warte mal jetzt hier Mr. Waze Fünf Tore in 30 Minuten Gestern 1000 Follower gebottet, ich wurde auch einmal gebottet, ja Sowas ist scheiße, Alter, ohne Sinn Mr. Waze, boah, was ein Spiel hier Guck mal wie schnell das geht, Digga Das ist der Wahnsinn Oh, Choke Lost hätte vor der Halbzeit noch in Führung gehen können Digga, was, eine erste Halbzeit, das war sechs Tore Oh Stark Oh, Choke Boah Oh 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 Unten, unten, unten Matchbar Choke Oh Oh mein Gott Was passiert hier? Oh 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 Game Over Würde ich sagen, Game Over Los hat noch einen Angriff, Digga, was passiert hier? Na Na Ah Oh Oh mein Gott Na Nein Geiles Spiel Geiles Spiel Finale an das Vergang gegen ECV Winz Oh 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 Hey, 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 komm schon, bitte nicht unnötig hieven oder diskutieren Ei, 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 anders, ist sehr stark, ne? Oh, nein, du Das geht ganz schnell, der Mann macht doch ein Comeback hier Oh, krass gespielt Warte mal hier, anders, ganz, ganz, ganz schnell geht das Ding hier Eben 2-2, jetzt 4-2, Wahnsinn Oh, 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 oh 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 okay okay wir haben ein Spiel oh okay okay win's Ging ganz schnell. Was passiert hier? Wahnsinn, Digga. Oh, Elfmeterschießen. Elfmeterschießen. Penalty. WTF? Eine Ewigkeit später. Jo, was geht, ein kurzer Cut mir hier zur Stelle und zwar im Finale des Blacky Cups hat Anders gegen Vince gespielt. Mitten im Stream hat er dann in der 120. Minute den Stream einfach ausgemacht, weil Elfmeterschießen war. Er dachte wahrscheinlich, dass der Gegner in meinem Stream wäre und keine Ahnung, dass der Gegner vielleicht gucken könnte, wo er hinschießt, aber ich hatte in meinem Stream 5 Sekunden Delay, deswegen konnte er es nicht tun. Und ich nehme das gerade, also ich re-stream das gerade, es ist noch im Finale, deswegen ist auch meine Reaktion nicht so krass bei dem Elfmeterschießen. Das Verständnis war halt ein bisschen doof, weil das Finale, das Spiel war halt unnormal geil. Das war ganz, ganz krass. Und ja, ich zeige euch das Elfmeterschießen und viel Spaß auf jeden Fall. 1-0 1-0 Für Anders. Jedes Mal macht der Green Time Finish, ne? Der ist doch der Wahnsinn. Und? Und... Joke! Oh, Back to Back in die Mitte. Und Joke! Game over Anders Vergangen gewinnt das Finale War auf jeden Fall ein geiles Turnier, Mann Die ganzen Spiele waren Hammer Waren unnormal krass Und jo Game over Anders Vergangen ist der Champion again Und jo Ciao, ciao Outro